Glückskaktor-Fotowettbewerb anmelden! Was ist überhaupt ein Glückskaktor? Ich bin die ganze Stadt abgefahren. Hier vielleicht? Oder doch eher dort. Vorsicht! Wie niedlich! Würde ich gerne mal streicheln. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich habe mich da gerade verguckt. Hallo? Weißt du, wenn ich jemand... Ja, ich weiß nicht. Bei uns kann man sich zugreifen. Auch ein Glückskaktor. Die Besitzer eines gültigen Tickets können sich zur Lobby begeben. Zeigt euch, ihr Glückskaktoren! Oh, ein Glückscharaktor! Jede weitere Begegnung schweißt uns noch enger zusammen. Okay, weiter geht's! Ja, das ist doch geliebenswohr! 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 Das ist doch geliebenswohr! Das ist doch geliebenswohr! Ja, 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 das ist doch geliebenswohr! Das ist doch geliebenswohr! Ja! Ja. Ja, okay... Bei uns kann man sich zum Glückstaktor-Fotowettbewerb annehmen. Dann schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch! Der Glückstaktor-Fotowettbewerb wurde erfolgreich abgeschlossen. Dank eurer Hilfe ist ein wenig beinahe vergessene Amore in mein Leben zurückgekehrt. Ach und würde es dir was ausmachen, wenn ich diese Fotos mit den Glückstaktoren auch an meine Familie schicke? Meine Frau und meine Tochter freuen sich bestimmt darüber. Ganz und gar nicht. Wenn ich meiner Familie Freude bereiten will, darf ich nicht nur Trübsal blasen. Am Apparat, was kann ich? Verzeihen Sie vielmals, bin schon unterwegs. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.